Willkommen zu einer weiteren Folge von Battlefront. Wir starten in die Überlebensmissionen zusammen mit Markus. Hallo. Und mein Ton ist nicht da. Ah, meine Ton. So, und wer von uns ist die Lady? Du. Der Macht sei Dank. Wir haben ihre Abschlussstelle geortet. Aber es scheint, das Imperium ist vor uns bei Ihnen. Verteidigen Sie sich, bis wir Sie erreichen. Da oben ist das erste Sammelobjekt. Okay, das hole ich mir. Und zwar haben wir hier die Aufgabe, die 15 Millionen zu überleben. Und ich habe das Ziel herausgesucht, dass wir alle Sammelobjekte noch zusätzlich einsammeln wollen. Und zwar müssten wir das fünf Stück sein und das erste Mal. Der erste ist das hier. Und ich habe es verpasst. Geil. Ich hasse diese Dinger einzusammeln. Es ist so schwer. Oh, Headshot. Oh, noch ein Gegner weg. Fanden die nicht mal irgendwie mehr? Die halten hier nichts mehr aus. Hä? Oh, wieder One-Hit. Ja, ich habe mal wieder das MG mitgenommen. Bei mir ist es eins. Ja, du musst dich einsammeln. Bei mir ist es auch eins. Einfach durchspringen. Ich weiß auch, wo das hier ist. Aber ich krieg's nicht. Ich hasse es. Das ist über zwei. Ich weiß, wo die hier alle 15 auf der Web, aber ich hasse die Dinger. So, du hast das erste, ne? Ich krieg's nicht. Ich bin wieder drüber gesprungen. Das wird die Vibrierung auf eine leere Seite. Nichts ist erwischt. Ich bin so ein Noob in dem Zeitpunkt erwischen. Wir haben die erste Kapsel. Yes, ich hab auch eins. Ich hab das Gebiet und bring die Kapsel in Sicherheit. Wir sind Top Zone. Ja. Okay, du Drop Zone. Ich sei mal unterwegs noch das Ding in der Höhle ein. ATSD näher sich ihrer Position. Wie kommt man da hin? Wir müssen nur nach oben, glaub ich. So, ich geh mal runter in die Höhle hier. In irgendeiner von den Höhlen hier ist das. Unsere Leute übernehmen die Rettungskapsel. Ja, genau. So, jetzt bauen wir noch eins. Und das ist das. Hast du das an dem Holzfall schon? Ja. Äh, da ist ein AT-ST. Dreht den hier. Oh, ich bin auch drauf. Schau da. Oh. Ohne scheiße, du bist tot. Ja, da bist du mit Zunge, mit Zunge. Jetzt weißt du auch, warum man nicht auf einen AT-ST drauf springt. Ich bin halt neben gesprungen. wir werden aber ich weiss, sie können das Land retten und schon gibt mir irgendwie die geilen Bonis oh fuck der kommt hier hoch, Annäherungsmine bringt mir nix wegwerfen oh warte ich hab ja ich habe es beschädigt, toll du weg hier ne ich muss meinen Schuss aufladen warum will denn nur mich töten und wenn du ne Häste bist wo ich die meisten tippisch noch ja ausgezeichnete Arbeit aber das Imperium hat bereits zusätzliche Truppen entsandt ausgezeichnet ja ich hab ein Leben gefunden ne wo sind das letztes hier an dem Holzfall neben dir da müsste es um draus sein hab ich doch schon und so gesagt ach so äh dann muss ich da hinten damit noch nur eins hab ich schon ja ich hab's gefunden nein ich hab's was ist das pass auf da fällst du aus dem Map aus wenn du dich verspringst du bist tot oh ich war versprungen aber nicht geschafft fuck ok die Gegner kommen vielleicht sollten erst die Gegner machen und dann weiter das versuchen da sind sie da sind sie oh ich hab ein Snacker gefunden die sind unschön Kopfschuss gegner wie sie so jetzt hol ich mir das scheiß dringend ah heavy blaster schick 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 ah jetzt kommen die mit dem Chatpack hm die explodieren immer so schön ja ja oh fach sie dahinten zieht er oh die haben jetzt ne shield schau mal mach das ja die hatten früher kein shield ne in der beta ja oh der hat Schutzschild an ah ich hab Schutzschild zerschossen auch gut oh hat Schutzschild zerlegt mit heavy blaster ist alles möglich sie haben sie zurückgeschlagen bleib mal hier stehen hier glaube ich stehe ich gut schein ich komme jetzt hin mit mir ein ATS-Tier oder so genau da wo ich hin wie ich hier ist sie gelandet naja kann ich dir zumindest Deckung geben der Feint ist gleich in Reichweite ah ne jetzt kommt keiner von hinten aber alle bei der Rettungskapsel vorsicht ein ATS-T auch bei dir bald ist die Rettungskapsel in den Händen der Allianz ja von rechts unten ich geb den Gurt ich geb den Gurt das dann darf ich jetzt die Rettungskapsel εδώ Dinge ja kommen noch mehr Gegner na und es ist mir entlang gespahnt soll ich mir das mal gleich holen der Rebellion so werdet ihr aus von der Tüchter oder auch nicht nur eine einzige Person ich finde, wenn man das MG im Burst-Modus schießt, dann kann man damit auch ziemlich genau arbeiten. So, Annäherungsmix. So, ich habe einen intelligenten Raketenwerfer. Das heißt, der ATS-Kie freut sich. Die gab es in der Beta noch nicht. Na ja, ich bin nur bis zu den 5 von mir. Ich freue mich auch auf Endor. Endor wird geil. Oh, Endors. Oh, drei Gegner besiegt. Okay, der war schon weiter vor. Gehen wir weg. Ja, ich bin nur noch vorläufig. Ah, das ist eine Starke aus der Schwierigkeit ist schon fast ein bisschen leicht, ne? Na mal schauen, vielleicht haben wir den nächsten Planeten ja mit den Abonnenten zusammen schon auf schwer und den nächsten dann vielleicht auf dem richtig schweren Mord. Es gibt jetzt drei Stufen. Wir fragen feindliche Signale. Also, hier oben kann man eigentlich recht gut verteidigen. Solange sie uns die Hütten nicht sofort da extraieren. Oh, toll. Ja, da unten. Ich habe ihn gefunden. ATS-G in der Zone. Da kommt schon ein ATS-Lauf gerade auf mich zu, los. Dieser Lauf auf ihn. Der gibt's mir gut. Irgendwie regenerieren wir da auch langsamer leben wie in der Beta, ne? ne? Ja. Der wollte halt angriffen. Oh. Stimmt doch, du Fotze. WTF, alter. Die Säle, die ATS-Lie, ne? Gittert. so jetzt hat es war es unglaublich aber die größte herausforderung kommt noch was 80 80 jahre immer betrifft ich habe wieder ein raketenwerfer der welt sehen sprichst du in die unloch shotgun ich glaube das hat mir aufpassen dass sie nicht zu nahe kommen da hinten aus da ist so eine Schattendruppe das bau schützt seit er hat sie haben sich kann sich alternativ nicht schlecht das ist jetzt sauber in ganzes in meiner jemanden auch die Hälfte in anderen mit ihren Schatten jetzt läuft er gerade hier hoch glaube ich die Hälfte ja man sieht die schon, aber die sind trotzdem schon ein bisschen getarnt da wo sind die Gegner nutze die Kapsel als Deckung da heißt da noch einer da unten da ist er weg ich glaube ich muss dann auch mal andere Waffen ausprobieren Waffen die noch nicht in der Beta dabei waren so Sniper oder so mal ausprobieren hey der Pistatan zählt doch nicht die halten auch mega viel aus einfach halten sie die Augen nach einer Versorgungskapsel offen unsere Scanner haben noch eine Rettungskapsel geordnet wir erobern die Rettungskapsel feindliche Einheiten nähern sich unsere Scanner haben einen LTSC geordnet ich hab ihn gut getroffen não ich hab ihn gut getroffen ich hab ihn gut getroffen Lenk den mal ein wenig ab, der wir unbedingt nicht fressen. So. Was ist da? Dein sondern deiner. Erledigt. 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 Das Imperium ist entschlossen sie zu verdichten. Durchhalten. Holst du das Leben? Brauchen wir zwei ähnlich aber. Holst. BSC. Wir haben die Rettungskapsel gesichert. Da kamen sie schon wieder. Ich hab wieder ne Plasterkalone. Aber fragt von hinten ne halbe Armee. Ich geh alle erledigt. Ich geh alle erledigt. Ach da vor mir. Die Speckups sind gar nicht so dort. Alle feindliche Leidheit besiegt. Alle Mann auf Gefechtsstation. Da kommen sie wieder. Ich hab inzwischen richtig viele Ladungen. Ich hab noch nicht gesagt irgendwie. Einmal hab ich ihn angemacht und da war irgendwie nutzlos. Oh, die Raketen wäre einfach so. Ich hab wieder dabei. Pass auf. Mach ich halt einfach nie das Setup. Mir leid. Ja. Oh, leck. Also von oben dich frei zu kämpfen. Wir haben ihnen eine Versorgungskapsel geschickt. Wir können jetzt die Position einer weiteren Rettungskapsel. So, letzte Welle. Die Reichweite unserer Scammer. ATSD geoutet. Neue ATSD geoutet. Oh, fuck. Oh, fuck. Die Welle ist heftig. Ja, die ist mega heftig. Was ist denn das? Werde erfasst. Ah, geht im Anflug. Wow. Uff. Okay, jetzt seid ihr uns taktisch verhalten, glaub ich. Weint, der passt nicht. Ja, komm schon. Wir haben den ATSD gleich weg. Alter. Diese Black-Typen machen auch richtig gut Schaden und halten viel aus. Sie haben das Hyperium zurückgeschlagen. Wir holen sie jetzt ab. Wir holen sie jetzt ab. Ihr Leute, unser erstes Überleben hier. Erfahrungen, Schrottsammler. Weil wir wahrscheinlich alle, ähm, um items eingesammelt haben alle fünf ich weiß dreißen als wenn abgeschlossen bei der 15 siegte Gegner habe ich gewählt Kopfschluss hat Markus gemacht und in der Leben er hat sich überlaufen lassen selber schuldner zwei Sterne mitgenommen die anderen Sterne würde ich sagen wollen wir wieder außerhalb der Aufnahme und Prozent wir sehen uns mit dem nächsten Mettern auf dem nächsten Schwierigkeitsgrad und bis dahin Servus und Ciao Hello Outro Bis zum nächsten Mal.